So, herzlich willkommen zu einem kleinen SpeedUHC auf gommard.net. Ich spiele Solo, weil ich keine Freunde habe. Ja, kann man recht wenig machen. Ist es halt so. Ich würde sagen, wir sehen uns nach der sicherlich sehr spannenden Farmphase in der PvP-Phase. Okay, ich würde sagen, ich mache mich einfach mal auf die Suche nach Gegnern. Mal schauen, wie erfolgreich ich dabei sein werde. Ich kann hier einen Bogen machen. Ich glaube schon, ne? Ja, es müsste gehen, wenn es so vom Spiel her geht. Äh, so. Ja, perfekt. Hier haben wir einen Bogen. Hui. Aber ich bin jetzt noch ein Charm-Tier. Warte mal. Alla, perfekt. Power 1 Bogen, yay. Komm. Ich habe Schaub 4, by the way. Müsste ordentlich wehtun. Ja. Scheinbar schon. Na, komm. Ähm... Ich bin, by the way, kein Profi, logischerweise, weil ich es fast nicht spiele. Entsprechend, er war bitte nicht zu viel von mir. Auch mit Gap und sowas. Ich werde wahrscheinlich mega im falschen Moment und sowas alles machen. Aber ja. Wie gesagt, ich bin UHC-Noob. Ich weiß nicht, als ich letztes Mal gespielt habe, gab es noch, äh, so Nethers. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Keine Ahnung. Weil die waren immer mega OP, weil da krasser Loot und sowas war. Weil da hätte ich schon sehen müssen, glaube ich. Don't know. Hey, ich finde keine Gegner. Ich laufe jetzt schon die ganze Zeit hier rum. Ich finde einfach niemanden und es lieben nur noch zwei andere. Okay, nur noch ein Gegner. Und ich habe nach wie vor keine Ahnung, wo er ist. Das ist ja echt... Oh, opa, hat keiner gesehen. Ja. Keine Ahnung, wie es damit aussieht. Ah. Also so sieht schon mal eher aus. Oh, ich wollte gar nicht den Head essen. Upsala. Komm. Äh, ich bin nicht so gut mit. Lass mich mal. Lass mich mal. Shit. Ups. Das denkst du ja. Ja, du, äh, ich weiß, ich habe ganz gut gespielt. Gut, äh, ich würde sagen, wir sehen uns gleich hier in der nächsten Runde. So, das sind wir in-game. Ähm, ein Fight. Ui. Ich muss ganz erst mal, ganz erst mal, by the way, ähm, mir ein bisschen Obby noch holen. Weil ich habe erst einen einzigen. Das ist nicht allzu viel. Ich habe hier echt keine gute Rüstung. Aber wir haben Scharf-Vierschwert. Ähm, ich hoffe mal, dass ich mir einen von den Farmen denn hole. Hier sind direkt zwei. Leute, nur, nur Iron-Stuff. Tut mir schon fast leid. Und hier drüben war noch direkt ein anderer. Okay, vielleicht auch nicht. Bin ich jetzt getäuscht oder ist der weg? Natürlich komme ich auf den Berg oben raus. Geil, danke. Richtig voll die Runde, die ist mal hier. Mit 16 Gegnern noch. Bei letztem machen wir, glaube ich, nur 10 oder sowas. Ah, das ist noch einer. Komm, überrasche ich auch. Na, so halbwegs. Komm, schön da vorne mal schauen. Schön drauf da vorne schauen. Okay. Ja, Scharf-Vier schmeckt halt echt gut. Da kannst du so rotten, so viel wie du willst, ne? Auch das war jetzt nicht so effektiv. Hm, komm doch her, Junge. Ich gäbe schon mal einfach zur Sicherheit, falls man kommen sollte irgendwie. Falls er sich auf einmal umdreht. Weil er wird jetzt auch nicht ewig herrennen können. Ich meine, irgendwann treibe ich ihn dann gegen die Border so. Oder jemand anderes fängt ihn ab. Aber er läuft ganz gerne, so habe ich so das Gefühl. Er hat meine Lava kaputt gemacht. Nein. Ja, gut möglich, dass seine Rüstung ein bisschen besser ist als meine. Würde mich absolut nicht wundern. Aber eine Rüstung echt kacke ist, so. Danke. Oh, oh, ne, 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 ne. Ich will auch echt immer zu viel, so. Keine Ahnung, ich vergesse mal das Gappen. Dann, wenn es euch gefallen hat, sehr gerne eine positive Bewertung da. Und ja, bis zum nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein.